Guten Abend. Heute ist der kalendarischer Frühlingsanfang. Nur leider hat das keiner dem Wetter gesagt. Nicht nur durch den Schnee wirkt es winterlich. Auch die Temperaturen haben nichts Frühlingshaftes an sich. Wir liegen wieder im Einflussbereich des Tiefs, Andreas. Doch die Niederschläge sind größtenteils durch. Aber die gesamte Nordhälfte Deutschlands bekommt nun die Kaltluft aus Nordost ab. Und somit wird es in den kommenden Tagen wieder richtig frostig, nordöstlich und auch bei uns in Sachsen. Tja, und so ist, auch wenn sich dann zum Wochenende hin ein Hoch durchsetzen kann, der Frühling noch lange nicht in Sicht. Gucken wir auf unser Sachsenwetter. In der Nacht sind viele Wolken unterwegs, die vereinzelt etwas Schneeregen oder Regen dabei haben. Richtung Norden hin auch etwas Schnee. Bei diesen Temperaturen bleibt es glatt. Also bitte weiterhin schön vorsichtig fahren. Tja, und auch morgen dominieren dann wieder dicke Wolken den Himmel. Zum späten Nachmittag hin bleibt es dann meist trocken. Und dann kann es auch mal kurz auflockern, das alles bei Temperaturen knapp über bis knapp unter dem Gefrierpunkt. Auch noch der Freitag bleibt dann grau. Am Wochenende setzt sich dann Hochdruckwetter durch. Wir können uns also auf etwas Sonnenschein wenigstens freuen. Aber das dann bei Dauerfrost. Frühlingshafte Temperaturen deuten sich erst nach Ostern an. Tschüss. Frühlingshafte Temperaturen